Musst du wirklich schon aufbrechen? Heute wird ein sehr heißer Tag. Meine Knochen spüren alles im Voraus. Hoppla! Du bist ja ein für den Elefantenfriedhof. Ich bin ein altes Wrack. Aber links nicht so alt wie mein Bruder, dieser tun ich gut. Pasha? Der muss jetzt mindestens 200 geworden sein. Aber er ist noch gut in Form. Ich weiß, ich hätte ihn früher besuchen sollen, aber wenn das Erinnerungsvermögen nachlässt. Naja, ich werde dich nun verlassen. Ich habe es den Kindern noch nicht gesagt. Es wird ihnen gar nicht auffallen, dass ich nicht mehr da bin. Hallo, Gagini! Du bist ja heute schon früh unterwegs. Ich habe dich gesucht. Hati ist heute früh aufgebrochen, um seinen Bruder zu besuchen. Er hat schon wieder seinen Geburtstag vergessen. Besser spät als nie. Und es passt gerade besonders gut. Ich möchte die Gelegenheit nutzen und meinen Mann überraschen. Lass mich raten. Du möchtest eure Ankunft im Sioni-Dschungel feiern. Habe ich recht? Hati hat es bestimmt vergessen. Aber an diesem Tag hat er mir eine Lotusblüte geschenkt. Es soll eine wundervolle Überraschung für alle werden. Ich würde gerne hier bei dir feiern. Was sagst du dazu? Sehr gute Idee. Du darfst dich hier natürlich ganz wie zu Hause fühlen. Ach! Wer weiß alles davon? Nur Apo und Hita. Ich liebe Überraschungen. Und was Bagira und Mowgli angeht, sorge ich dafür, dass sie nicht hier sind. Oh, Vorsicht! Darcy ist eine ganz schlimme Quasselstrippe. Psst! Meine arme Malu. Du musst etwas dagegen unternehmen. Oh, du hast recht. Ich bin gar nicht gesund. Ich schicke Bagira und Mowgli Thymian pflücken. Ob sie es gehört hat? Der ganze Dschungel erfährt gleich von meiner furchtbaren Krankheit. Nein, das ist zu einfach. Ich kann alles direkt erkennen. Schön. Du neunmal kluger Panther. Mal sehen, wie gut du wirklich bist. So, was erkennst du hier? Oh, ganz einfach. Hita hat Masha's Bananen geklaut und versteckt sich im Klassenzimmer. Echt spitze? Balu, geht es dir nicht gut? Nicht so richtig. Ich habe eine schwere Erkältung. Denkst du, du könntest? Thymian wegen. Du brauchst eine Brille, Mowgli. Er ist vollkommen leer. Hör auf! Du bist krank und du machst dich lustig. Ihr müsst unbedingt Thymian für mich pflücken. Es tut mir leid. Ich weiß, der Weg ist lang, aber ich habe Angst, dass es ansteckend ist. Was? Ich habe furchtbare Angst vor Krankheiten. Dann geh besser mit Tabak. Hier eine Thymian-Kur wird dir auch gut tun. Friss nicht zu viel Thymian, sonst wird dir noch schlecht. Es ist grauenvoll. Habt ihr gehört? Also, Hadi oder Balu, ich weiß nicht mehr wer, hat eine Lungenentzündung seit 100 Jahren mindestens. Der arme Alte. Ich hätte es mir nicht träumen lassen. Eben geht es ihm gut und dann, peng, ihm bleibt nicht mehr viel Zeit. Glaubt mir, ich weiß es. Balu braucht nur Honig, Ruhe und Thymian. An deiner Stelle wäre ich sehr besorgt. Eine Krankheit, die so plötzlich ausbricht, ist gefährlich. Wir werden alle krank. Ich sage es euch. Es trifft nicht nur die Alten. Uns auch! Das genügt jetzt. Geh woanders zwitschern. Du machst ja allen eine Todesangst. Na schön. Die Lage ist besorgniserregend und keiner will es hören. Gut, wenn das so ist, verschwinde ich. Ja, fliegt nur und mach's gut. Ja, fliegt nur und mach's gut. Ach, komm bloß nicht näher. Wieso ist dein Maul grün? Im Zimmel scheint deine Krankheit umzugehen. Balu ist krank. Hati auch. Ich habe gesehen, wie er mit letzter Kraft zum Elefantenfriedhof aufgebrochen ist. Die arme Gardini hat geweint. Was willst du mir damit sagen? Erkläre es mir sofort. Zuerst einmal, es ist alles wahr. Bagheera und Mowgli sammeln Thymian, um alle zu heilen. Ich glaube, es ist eine Epidemie. Und woher weiß ich, dass du die Wahrheit sagst? Überzeug mich selbst, wenn du mir nicht glaubst. Genau das werde ich tun. Wenn die alten Zausel tatsächlich geschwächt sind, wird es ein Kinderspiel sein, sie loszuwerden. Endgültig! Oh nein! Shilkan ist auf der Suche nach Hati. Es ist so grauenvoll. Und ich bin schuld. Ich habe Shilkan von der Krankheit erzählt und er ist sofort los. In welche Richtung? Wenn wir wissen, wo Hati ist, finden wir ihn vielleicht vor, Shilkan. Hati hat den Pfad zum Blauen Berg genommen. Ich habe es gesehen. Und Gajini hat Balou gesagt, es sei ernst. Sie haben sich zum Abschied umarmt. Es war so traurig. Könnt ihr euch das vorstellen? Hati auf dem Elefantenfriedhof? Aber irgendwas stimmt da nicht. Es ist die falsche Richtung. Am Blutidorn. Shilkan kommt da nicht durch. Er ist viel zu dick. Vielleicht erreichen wir Hati vor ihm. Nein, warte. Du kannst nicht mitgehen. Stell dir vor, Shilkan überlegt sich's anders und kommt, um Balou anzugreifen statt Hati. Wenn Balou wirklich krank ist, bin ich nicht da, um ihm zu helfen. Ich weiß gar nicht mehr, was eigentlich los ist. Was soll ich denn nun allen erzählen? Gar nichts. Du begleitest mich nämlich. Ich will nicht, dass du wieder allen Geschichten erzählst. Und vielleicht habe ich eine Aufgabe für dich. Hör! Seht ihr, es hängt ganz schief. Und? Haben alle geglaubt, dass du erkältet bist? Keiner hatte den geringsten Zweifel. Wir kommen zu spät. Ich warte es. Er schläft nur. Hati? Hati, wach auf. Es geht mir gut. Lass mich schlafen. Vielleicht ist es doch keine Epidemie. Aber ich habe gesehen, wie Balou dem es gerade noch gut ging. Plötzlich krank wurde. Ich verstehe das nicht. Hör auf. Worum wir uns jetzt kümmern müssen, ist Schirkan. Bist du sicher, dass er herkommt? Ich habe gesehen, wie er losgelaufen ist. Er will nachsehen, ob Hati wirklich tot ist. Ich glaube, ich weiß, wie ich ihn davon überzeugen kann, dass es tatsächlich so ist. Ziemlich gut, was? Aber wenn du ihn überzeugst, wird sich Schirkan sofort in Richtung Balou aufmachen. Ja, und genau das gehört zu meinem Plan. Bring das zu Bagheera. Er ist der Einzige, der das verstehen wird. Schnell! Ups. Vorsicht, Plapperstabel. Keine Angst. Hati ist nicht tot. Mowgli auch. Äh, auch nicht. Ich will zu Bagheera. Wovon redest du? Sind sie in Gefahr? Wo? Bist du nicht mehr krank? Er hat nur so getan, aber warum in aller Welt? Äh, Bagheera. Ich erkläre euch alles später. Zuerst einmal müssen wir uns verstecken. Äh, äh. Schirkan, bitte hilf mir. Äh. Ich will nicht ganz allein enden wie der arme Hati. Bitte bring mich zurück zu Balou. Du machst wohl Witze. Soll ich mich etwa bei dir anstecken? Und was den kranken Bären angeht, aus dem mache ich Hackfleisch. Die Quasselstrippe hatte recht. All meine Feinde erledigt. Wie wunderbar lebenswert ihr. Balou? Ist irgendjemand her? Wo sind sie? Ich will ihm die gute Nachricht verkünden. Begrüßt die neuen und einzigen Herrscher des Dschummel. Ist das jetzt dein Reich? Hier herrscht die Krankheit. Alle anderen sind tot. Groß Maul. Groß Maul. Das ist Hati's Geist. Wer seid ihr, die Ruhe der Toten zu stören? Huuu. Huuu. Alles klar, Freunde. Die Luft ist rein. Der Tiger ist weg. Ihr könnt rauskommen. Entschuldige bitte unsere Heimichtuerei. Wir wollten nur Hati überraschen. Ich hätte nie gedacht, dass ich dich in Gefahr bringen würde. Und ohne dich hätte ich die anderen nicht rechtzeitig vor Schikan warnen können. Aber, Sekunde mal. Ohne dich werden die ganzen Gerüchte nie entstanden. Ich habe auch gelogen. Ich hatte gar nicht vor, Pasha zu besuchen. Du hast es nicht vergessen. Ich habe mich immer wieder gemen. Und da jetzt immer wieder. Ich habe mich wieder gemen. Ich habe immer noch gemen. Ich habe dich in Gefahr. Hier bin ich bin. Ich habe mich. Ich habe dich in Gefahr. Ich habe dich in Gefahr. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018